Ein Jedermann zwischen Tradition und Gender-Debatte. Bei mir begrüße ich jetzt jene Frau, die die Festspiele seit so vielen Jahren repräsentiert wie niemand vor ihr. Seit 26 Jahren ist sie Festspielpräsidentin. Herzlich willkommen, Helga Rabel-Stadler. Herzlich dank, dass ich da bin. Frau Rabel-Stadler, ein höchst ungewöhnlicher Jedermann, wie wir es gesehen haben. Lars Eidinger hat einen dicken Bauch, kleine Brüste. Wie gefällt Ihnen denn diese Neudeutung? Ja, es ist prachtvolles Schauspieler-Theater. Und wissen Sie, bei einer Jedermann-Neu-Inszenierung, und das ist es ja de facto, da hat man schon immer ein bisschen Angst. Denn wenn der Jedermann nicht funktioniert und unter Funktionieren versteht man, wenn der Funken nicht überspringt zum Publikum, dann ist das mehr als eine schlechte Inszenierung. Dann sind die Festspiele ein bisschen beschädigt. Und darum freue ich mich so über diesen Erfolg. Man hat es ja gesehen, Gott hat einen langen Bart bis zum Boden, Jedermann hat eine Art Slapstick im Ring. Die Süddeutsche Zeitung sagt, das ist gefährlich, nah an der Fars. Ist das noch das Stück? Ich glaube, es ist schon noch das Stück. Das Stück hat ja eben so viele Facetten und man kann es so verschieden deuten. Also mir hat zum Beispiel auch sehr gut gefallen die Deutung von Crouch & Mertens mit dem Obonja als Mystery Spiel, also als altes englisches Volksstück. Ich glaube, das ist eben das Tolle am Hofmannsthal, dass dieser Text sehr verschieden interpretiert werden kann. Und das nämlich schon seit 101 Jahren, um genau zu sein, da ist ja zum ersten Mal bei den Festspielen in Salzburg zu sehen gewesen, der Text. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis? Warum funktioniert dieses Stück so gut? Es sind so ganz klare Ansagen und es sind so ganz klare Probleme. Da stirbt einer und erst da kommt er drauf, dass er eigentlich ziemlich wenig Gutes geleistet hat. Dann glaubt er, er kann sich auf sein Geld oder seine Freundinnen verlassen und die sind dann alle weg. Also ich werde nie vergessen, wie der Peter Simonischek über den Domplatz gerufen hat. Hier wird kein zweites Mal gelebt. Da kommt er, die Ganselhaut. Genau das ist dem Besucher klar. Hier wird kein zweites Mal gelebt. Also Probleme, vor denen jeder steht. Bei der Premiere am Samstag wurde die Aufführung ins Festspielhaus verlegt, ins große Festspielhaus wegen des Wetters. Das Haus ist zum ersten Mal seit der Pandemie voll besetzt gewesen. Heute ist bekannt geworden, es hat tatsächlich einen ersten Corona-Fall im Publikum gegeben. Was genau ist denn passiert? Ja, ein bedauerlicher Zwischenfall. Also wir haben ja genau geprüft, getestet, genesen oder geimpft. Ein Mann aus einem anderen Bundesland, mehr darf ich nicht sagen, hat am nächsten Tag einen Test gemacht. Und der war positiv, obwohl er doppelt geimpft war. Und wir haben selbstverständlich, das ist ja der Vorteil der personalisierten Karten, alles sofort an die Behörden weitergeben und hoffen, dass es keine weiteren Auswirkungen hat. Aber natürlich haben wir uns jetzt entschlossen, doch eine FFP2-Maskenpflicht einzuführen. Eigentlich wollten wir das nur machen, wenn die Inzidenzraten höher sind. Aber es hat sich gezeigt, dass unsere Empfehlung allein nicht genügt. Wir haben ja überall die Ansage, wir empfehlen Ihnen, die Maske aufzusetzen. Aber ich glaube, die Leute haben es so satt, eine Maske zu tragen, dass das leider, ich glaube, nicht einmal 10% getan haben. Und das müssen wir halt jetzt wieder verlangen. Reicht die Maskenpflicht aus, um die Festspiele wieder sicher zu machen? Das glaube ich sicher, ja. Der Corona-Fall ist ja gleich bei der allerersten Premiere aufgetreten. Das Festival läuft nicht schon seit drei Wochen. Ist es grundsätzlich ein Fehler der Bundesregierung, die Maskenpflicht abzuschaffen? Nein, das glaube ich nicht. Denn wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, diese Person ist meiner Information nach zwar positiv getestet, aber keine weiteren Auswirkungen, wie ich gehört habe, ich glaube, es wird für uns weiter eine schwierige Zeit sein. Und ich war mir immer klar, dass dieses Jahr eigentlich noch einmal eine Herausforderung ist. Sie sagen, das Festival wird jetzt sicher wegen der Maskenpflicht, aber letztes Jahr ist es ja noch was anderes gewesen. Das Haus war nicht voll besetzt. Es ist nur jeder zweite Stuhl besetzt gewesen. Wäre das auch eine Überlegung, um den heurigen Sommer gut über die Runden zu bringen? Ja, aber wir hatten letztes Jahr keine Impfungen und keine Testungen. Also das ist schon eine ganz andere Situation. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist ja der Kern unseres Präventionskonzeptes, dass Lukas Grepatz, mein Direktoriumskollege, so klug ausgedacht hat, dass wir uns immer Situationen anpassen. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt, es gebe nun genügend Impfstoff und jeder sei im Grunde für sich selber verantwortlich. Wie weit reicht denn dann die Verantwortung der Festspiele? Ich glaube wirklich, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ich hoffe erstens, dass sich alle Leute impfen lassen. Ich bin wirklich entsetzt, dass manche glauben, wenn die anderen sich impfen lassen, dann können sie sich das ersparen. Ich glaube, dass man einfach aufpasst. Ich gebe nach wie vor niemandem die Hand. Ob sich jetzt der heutige Fall oder die Nachrichten darüber dann auf den Kartenverkauf auswirken werden, das wissen wir noch nicht. Wie läuft denn der Kartenverkauf bisher? Die Reisebestimmungen, vor allem die internationalen, überkontinentalen, sind ja noch recht streng. Ja, also der Kartenverkauf läuft sehr gut. Wahrscheinlich eine Belohnung für den letzten sicheren Festspielsommer 2020. Natürlich sind aus Asien und Südamerika fast keine Menschen da. Aber wir sind sehr gut verkauft in Europa. Und es schaut also sehr, sehr positiv aus. Auch die Künstler haben Probleme zu reisen. Zwei Orchester haben bereits das Gatspiel in Salzburg abgesagt. Wie unsicher ist denn der Festspielsommer? Ich glaube, er ist ziemlich sicher mit all den Corona-Unsicherheiten. Und ich glaube, gerade gestern, das War Requiem hat gezeigt, dass Markus Hinterhäuser fähig ist, auch in kurzer Zeit, Ersatz für Orchester zu finden, die vielleicht aus Quarantänegründen nicht kommen können. Denn das Problem ist weniger, dass die bei uns in Quarantäne müssen, als wenn sie zurück müssen nach England, dort zehn Tage in Quarantäne müssen. Die Delta-Variante stellt ja viele Branchen vor neue Herausforderungen. Ist der heurige Festspielsommer schwieriger als der letzte? Er ist besonders schwierig, weil wir alle auch ein bisschen doch erschöpft sind. Die ganze Bevölkerung von dem ständig aufpassen müssen, vom Lockdown. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass man aufmacht. Und ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass jetzt ein Mensch positiv getestet ist, und es ist ja die statistische Wahrscheinlichkeit, dass auch noch andere dazukommen, die soll nicht dazu führen, dass man wieder überlegt, zuzusperren. Wir brauchen das für die Seele und für die Wirtschaft. Wie reuen Sie es, dass Sie die FFP2-Maskenpflicht nicht von vornherein eingeführt hatten? Ach Gott, was nützt das jetzt? Wir machen es ab morgen. Ich habe offen gestanden gedacht, dass mehr Leute Masken tragen werden und dieser Empfehlung folgen. Wenn ich mir gedacht habe, wenn die Leute sehen einen vollen Saal, sagen sie sich, und ich schütze mich trotzdem noch. Das ist nicht erfolgt. Bei uns jedenfalls alle Mitarbeiter, auch hinter der Bühne, tragen FFP2-Masken. Und wenn sie zu uns ins Haus kommen, dann ist eigentlich seit Monaten Maskenpflicht. Gibt es irgendetwas Positives, das Sie dieser Pandemie abgewinnen können? Manche sagen, es ist eine Chance oder haben etwas persönlich über sich gelernt, was Sie nicht gewusst haben? Also von dieser Gemeinheit will ich gar nichts Positives abgewinnen. Denn wissen Sie, man kann etwa eine Chance sehen in einer Krise, wenn man wirklich was verändern kann. Zum Beispiel die Energiekrise oder die Finanzkrise. Die waren eine Chance, die leider weniger ergriffen wurde, um Fehlentwicklungen in der Umweltpolitik, in der Finanzpolitik, um denen gegenzusteuern. Aber was will man mit einer Pandemie? Wer kann was dafür, dass es jetzt auch eine Delta-Variante gibt? Haben Sie an sich neue Eigenschaften entdeckt? Nein. Das heißt, die Pandemie hat Sie nur herausgefordert, aber nicht überrascht persönlich? Sie hat mich sehr überrascht, dass es so etwas gibt. Aber ich bin ein Mensch, der sehr in der Gegenwart lebt und ich löse die Probleme, wenn sie da sind. Und das ist vielleicht gerade in Pandemiezeiten ein richtiger Zugang. Nicht ständig zu überlegen, was hätte man vorher anders machen können, was wird man in der Zukunft machen. Denn die Zukunft ist so unvorhersehbar, dass wir jetzt mit der Gegenwart auskommen müssen. Sie sind jetzt seit 26 Jahren Festspielpräsidentin. Es ist Ihr letzter Festspielsommer. Sie wissen ja mehr wie wir. Welche Produktion wird denn dieses Jahr besonders wichtig werden? Ja, sicher der Don Giovanni. Don Giovanni war die erste Oper bei den Salzburger Festspielen 1922. Und Markus Hinterhäuser, unser Intendant, hat eine große Fähigkeit, besondere künstlerische Konstellationen zu bauen. Also den Dirigenten Deodor Korenzis mit dem Regisseur Romeo Castellucci, das könnte schon etwas Besonderes werden. Etwas Besonderes. Markus Hinterhäuser deutet an, es könnte sehr provokant werden. Mal schauen, ob es das auch wird. Warum gibt es bei den Festspielen immer wieder Skandalen? Warum gehören Sie dazu? Und was für einen Sinn haben die? Eines meiner Lieblingszitate ist, Risiko ist die Bugwelle des Erfolgs. Also wenn man nur Sachen macht, die man schon immer gemacht hat und wo man sich ganz sicher ist, dass es allen gefällt, dann wird es todlangweilig. Und dann hätten die Festspiele nicht mehr den Ruf, das beste Klassik-Festival der Welt zu sein. Schauen Sie sich den jedermann an. Ganz anders. War ein großes Risiko. Ihr letzter Festspiel Sommer, was wird Ihnen denn am meisten fehlen? Die Künstler natürlich, die Künstler und Künstlerinnen. Es wird fieberhaft nach einem Nachfolger, nach einer Nachfolgerin für Sie gesucht. Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um das Amt des Festspielpräsidenten erfüllen zu können? Man muss ein ganzes Team auf die Aufgabe Festspiele einschwören können und wollen. Und man muss eine Ermöglicherin oder ein Ermöglicher sein wollen. Nämlich dem Intendanten helfen, dass man finanziell so viel hat, dass er möglichst viele seiner Ideen verwirklichen kann. Braucht man auch eine dicke Haut? Sie sind zu Beginn Ihres Amtes auch immer wieder attackiert worden, angegriffen worden? Oh ja. Es ist eine sehr exponierte Position. Erstens glaubt jeder, dass er es kann und möchte selber werden. Und zweitens ist gerade in der Kunstwelt die Intrige ziemlich vertreten. Da kann man es mit der Politik sehr gut mithalten, würde ich sagen. Also da braucht man schon eine Standfestigkeit. Aber wenn man weiß, was man will, dann geht das. Und vor allem, wenn es ein Team ist. Also der oder die Neue müssen zu Markus Hinterhäuser und Lukas Kreperz passen. Dann hoffen wir, dass der oder die Neue wissen, was Sie wollen, Frau Präsidentin. Frau Rabel-Stadler, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.